Prävention von sexualisierter Gewalt Ein Thema, das Beklemmungen auslöst, das in jedem Fall verwirrt. Allein schon diese vielen verschiedenen Begriffe. Dann die verschiedenen Beteiligten. Opfer und Täter. Täter, die vielleicht Opfer sind. Und Opfer, die zu Tätern werden können. Und mittendrin wir. In welcher Rolle? Irgendwie unbeteiligt? Oder sind wir aktiver Teil der Geschichte? Es liegt in unserer Verantwortung. Prävention von sexualisierter Gewalt heißt, Stopp zu sagen, keinen Schritt weiter. Und das rechtzeitig. Nicht so einfach. Denn sexualisierte Gewalt ist überall. In der Welt der Reichen und Schönen genauso wie bei den vermeintlichen Verlierern und in der ganzen heilen Welt dazwischen. Überall, wo sich Menschen treffen, kann es sexuelle Gewalt geben. Mal ist sie ganz klar zu erkennen, wo etwas ganz eindeutig gegen den Willen eines anderen geschieht, zum Beispiel. Jede körperliche Nähe, die irgendwie erzwungen wird, ist sexuelle Gewalt. Und auch die virtuelle Variante ist genau das. Das alles wird darum vom Staat verfolgt. Und auch von der Kirche. Strafbare sexuelle Handlungen zeigt sie an und bestraft sie auch kirchenrechtlich. Priester etwa können ihr Amt verlieren, ihren Beruf, ihre Existenzgrundlage. Fast schon alltäglich all diese peinlichen Bemerkungen und Gesten. Jede Grabscherei natürlich, jeder zweideutige Spruch. Oft begünstigt übrigens durch die äußeren Umstände. Grenzverletzungen passieren meist unüberlegt. Sie können also abgestellt werden. Indem man klar benennt, was nervt, es sich deutlich verbittet und auch Rahmenbedingungen ändert. Man muss es aber auch tun. Sonst kann es immer schlimmer werden. Und alles, was vorher unüberlegt geschah, das machen die Täter nun ganz bewusst. Systematisch. Strategisch. Der Schritt zu strafbaren Formen sexualisierter Gewalt ist dann nur noch klein. Zahlreich wie die Summe aller Fehlverhalten sind die Opfer. Tatsächlich zählen auch Erwachsene dazu, die hilfsbedürftig sind, weil sie alt sind, körperlich oder geistig behindert. In der Mehrzahl aber sind die Opfer Heranwachsende, Kinder und Jugendliche, Mädchen wie Jungen. Jedes fünfte Mädchen, jeder zwölfte Junge wird im Laufe seines Lebens Opfer sexualisierter Gewalt. Angezeigt werden jährlich etwa 12.500 Fälle. Die tatsächliche Zahl liegt laut Experten bis zu 20 Mal höher. Und keiner hat's gemerkt? Ein Kind, das Missbrauch erleidet, muss im Durchschnitt sieben Erwachsene ansprechen, bevor der erste hilft. Was kann denn ich tun, um sexualisierte Gewalt zu verhindern? Präventiv zu handeln heißt, überlegt zu handeln. An erster Stelle steht, genau hinschauen. Zum Beispiel, ob mir irgendwas komisch vorkommt. Sucht jemand die Nähe zum Kind, wo sie von der Situation her gar nicht erforderlich ist? Oder wirkt Nähe irgendwie erzwungen, vielleicht sogar erkennbar gegen den Willen des Kindes? Auch ein Alarmzeichen, wenn sich jemand auffällig verändert. Ein Kind etwa, das missbraucht wird, redet nicht immer sofort. Aber es teilt sich trotzdem mit. Durch aggressives Auftreten zum Beispiel. Rückzug und Traurigkeit. Auch Krankheit. Alle diese Wahrnehmungen zu beurteilen, ist der nächste Schritt. Kontakt, deutet, was ich sehe, auf Missbrauch hin. Oder alles im grünen Bereich. Wenn man unsicher ist, andere mal fragen. Vertrauenswürdige Kollegen. Oder gleich die Fachleute. Kontakt zu Experten ist ohnehin spätestens dann fällig, wenn der Verdacht sich bestätigt. Passiert das Ganze in einer katholischen Einrichtung, sofort die Missbrauchsbeauftragten der Diözese alarmieren. Je nach Lage der Dinge natürlich auch Angehörige, auch Einrichtungsleiter. Wird man unmittelbar Zeuge von ganz akutem Missbrauch natürlich dazwischen gehen, das Opfer in Obhut nehmen. Die Fortsetzung von sexualisierter Gewalt zu unterbinden, auch das ist Prävention. In jeder Situation gilt übrigens, Hysterie ist ein schlechter Ratgeber. Immer kühlen Kopf bewahren. Prävention ist dabei nicht nur eine persönliche Verpflichtung. Sie ist auch eine organisatorische Aufgabe. Jede Einrichtung muss sicherstellen, dass ihre Kultur und ihre Struktur sexualisierte Gewalt unmöglich machen. Wissen etwa die Mitarbeitenden überhaupt genug über das Thema? Werden ihre Kenntnisse upgedatet? Und zwar immer wieder? Und hat dieses Wissen die Mitarbeitenden auch wirklich innerlich erreicht, dass ihnen klar ist, auf uns kommt es an? Schließlich unterstützt die Einrichtung diese Haltung auch mit klar organisierten Zuständigkeiten, einer transparenten Entscheidungsstruktur? Denn wo Offenheit herrscht, ist für die Angst genau hinzusehen, die Angst aufmerksam hinzuhören und die Angst, Probleme klar anzusprechen, kein Platz. Und das ist die beste Voraussetzung für erfolgreiche Präventionsarbeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017